Der Podcast-Run bei Musik im Hintergrund geht weiter, jetzt mit dem Buchstaben C und wir sprechen über Cutdowns. Was es ist, was die können und warum die gut sind, das erfährst du nach dem Intro. Ich hab's ja schon angekündigt, heute wird ein bisschen geschnippelt. Das C steht für Cutdowns im Library Music ABC. Drei C's in ungefähr 40 Zeichen, das ist eine Menge. Von daher muss man sich überlegen, wie man das Ganze kürzen kann. Grandioser Übergang, Patrick, gut gemacht. Also, wir sprechen über Cutdowns. Ein Cutdown ist am Ende eine gekürzte Version eines Tracks, der sich an bestimmten normierten Längen der Medienproduktion orientiert. Normierte Längen, vor allen Dingen aus dem Bereich der Werbung, aus dem Bereich der Promo. Und manche nutzen Cutdowns auch einfach, um Festplattenspeicher zu sparen. Was sind typische Cutdown-Längen, die es gibt? Das ist ein 60-Sekinder, ein 30-Sekinder, ein 15-Sekinder, manchmal noch ein 10-Sekinder. Und jetzt kommen noch die 5-Sekinder. Das sind aber eher Stinger, Transition oder Bumper. Jetzt stellt sich natürlich die Frage her, ist das einfach nur so ein Zusammenschnitt vom Titel? Einfach vorne was weg, hinten was dran oder in der Mitte alles raus? Tatsächlich denke ich, und das sollte auch so sein, ist ein Cutdown immer auch ein eigenständiger Track, der die Kernelemente des Haupttracks aufnimmt, aber in den richtigen zeitlichen Kontext setzt. Jeder Track hat so Kernelemente, die ich natürlich im Cutdown haben möchte, aber an der richtigen Stelle. Nehmen wir zum Beispiel ein 30-Sekinder, ich habe eine wunderbare Progressionsfläche, eine Steigerung im Main-Track. Die möchte ich zum Beispiel beim 30-Sekinder nicht in der Mitte haben, sondern am Ende und möchte, dass das Ganze auf einem Akzent endet. Jetzt kommt halt der Punkt. Zwar sind die Cutdowns auf den Bereich Werbung und Promo angepasst, aber es ist natürlich extrem schwierig, die Version 1 zu 1 in einem Spot zu nutzen. Es liegt allein daran, dass die Erzählweisen und die Dramaturgie von Spot zu Spot natürlich komplett unterschiedlich sind. Es ist natürlich dann vor allen Dingen der Fall, wenn ich das Schnittkonzept ohne Musik oder mit einer Musikvorlage entwickelt habe und nicht auf einem speziellen Cutdown eines Tracks. Wenn ich natürlich das Konzept und den Schnitt direkt auf einem Cutdown entwickle, sieht das natürlich anders aus, weil ich ganz genau da weiß, wo die Punkte sind, wo ich zum Beispiel ein musikalisches Element habe, was ich in meiner Erzählweise mit einbauen muss. Trotzdem sind Cutdowns sehr, sehr dankbar, wenn es mal schnell gehen muss, wenn mir ein Titel gefällt und ich zum Beispiel selber nicht an dem Titel rumschnippeln will, sondern einen 30-Sekinder brauche, der ideal passt. Und der zweite Vorteil ist natürlich, dass ich mir, wenn ich sowieso sehr kurze Musikeinsätze habe, da ein bisschen Festplattenspeicher spare und mir nicht bei jedem Titel merken muss, da war doch bei Minute 2,15 etwas, was ich gerne verwenden würde, sondern ich nehme zum Beispiel direkt die Transition, den Stinger, den Bumper, wie auch immer im 5-Sekinder oder weiß ganz genau, hey, der 30-Sekinder, das ist eine super Fläche, die kann ich immer wieder benutzen, dann ist das ein ideales Instrument. Neben den Cutdowns gibt es natürlich auch noch andere Versionierungen der Titel, wie zum Beispiel eine Underscore oder ein anderer Mix oder auch ein Loop. Da gehen wir dann an anderer Stelle in einem Library Music ABC drauf ein, denn die fangen alle nicht mit C an. Denn darum ging es hier, um den Buchstaben C mit den Cutdowns und morgen hören wir uns in diesem Podcast Run wieder mit dem Buchstaben D. Und da geht es erstmal viel um Definition. Nicht um die Definition meiner nicht vorhandenen krassen Bauchmuskeln, sondern um Library Music itself. Und bis dahin, keep ripping!